So meine Freunde und meine Herzen hier und willkommen zurück zu Stalker Channel Channel Es tut mir sehr leid, aber ich wollte jetzt wirklich nicht auf ihn schießen Aber ist nichts passiert anscheinend Ja Leute, wir sind immer noch im Wildgebiet unterwegs Wir haben es diesmal mal ein bisschen anders gemacht, als wir es ursprünglich immer gemacht haben Und zwar sind wir ja eigentlich immer erst nach Janta gelaufen, also durchs Wildgebiet nach Janta Haben aber im letzten Part das mal anders gemacht, dass wir erst in den Army Warehouses waren Die Freedom-G haben Und haben dann dementsprechend auch Haben dann dementsprechend auch uns der Duty angeschlossen Wir sind offiziell nun volles Mitglied bei den Wächtern in Rostock Ja komm, ist doch gut jetzt Hallo Habt ihr hier eh schon ein bisschen gecleared Ja und jetzt werden wir in diesem Part nach Janta gehen Dr. Kuglov oder wie der heißt Und hier steht sogar Gruppe Duty Cool, ne? Ähm, ja Dementsprechend Werden wir uns dann auch, ähm Irgendwann ein Exosuit kaufen Ich hoffe mal Zeitnah Wir haben leider noch nicht sonderlich viel Geld, aber Mal gucken Halt, ne? So Äh Ganz kurz Warum seh ich hier keine Ne, oder? Nee, oder? Dumme Frage, aber kann es möglich sein? Dass wir den Professor jetzt nicht gerettet oder nicht mehr retten können Das höre jetzt ehrlich gesagt sehr asozial Oh nö, oder? Wo ist der denn? Boah Leute, legt mich auf den Arsch, Alter Ja, wir müssen jetzt glaube ich doch noch ein bisschen zurück, weil Ihr seht es selbst Wenn wir den Übergang gemacht haben Ist die Quest nicht mehr vorhanden Dass wir, ähm Den Professor retten können Das ist Stalker Verpackt bis zum geht nicht mehr Aber letzten Endes halt irgendwo Geht es doch dazu wahrscheinlich, ne? Oh Gott, wo sind wir denn jetzt, ey? Ich glaube wir sind jetzt auch gar nicht keine Duty mehr, ne? Ja Dann müssen wir jetzt halt ja Machen wir das halt nochmal In diesem Part, das tut mir sehr leid Aber wir haben es im letzten Part ja schon gemacht Ihr habt es ja gesehen Aber wir werden es halt nochmal machen Dann müssen wir leider Gottes Sag mal, habe ich wirklich so So ein Scheiß-Safe jetzt? Was ist denn 1, 2, 3? Ne, das ist was anderes Bildgebiet Bildgebiet Bar Ey, das ist fast über eine halbe Stunde später, ey Komm, scheiß drauf Scheiß drauf, Leute Wir werden jetzt Boah, was? Aber das sind halt so diese Momente, wo du dir denkst Junge, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Haben wir überhaupt eine Information bekommen? Ich weiß das gar nicht Ich habe nicht drauf geachtet Dass die Mission fehlgeschlagen ist oder so Oh, das ist so bescheuert, ey Mein Gott Na egal, Leute Wir werden uns jetzt nochmal Wir werden uns jetzt noch mal den Duty anschließen Ich glaube, wir werden auch die ganzen Sachen noch behalten Und dann an der Duty verkaufen, weil ich glaube, die machen uns ein bisschen bessere Preise Ähm, weil wir mit denen nachher Also eigentlich gehören wir ja der Fraktion an Dann machen wir das gleich ein bisschen anders als vorhin Und wir sind wieder überladen Also es ist wirklich Bei Stalker ist es wirklich extremst schwer Wirklich ruhig zu bleiben Und einfach sich zu denken Okay, passiert Mach ich halt anders Nächstes Mal Nee Dann hast du so eine Scheiße Wie jetzt, wo du dir denkst Why? Why? Ach, verpisst euch Weißt du was? Wir machen das mal anders Ich gucke mal die ganze Scheiße hier kurz rein Dass wir nicht mehr überladen sind So stark Machen das Ding raus Wir gehen jetzt runter Er schnarcht und deckt sich gerade dabei hin Okay So Wir sind jetzt offiziell No Haben wir jetzt das Ding bekommen? Ja, haben wir okay So Nochmal von vorne Ach guck mal Ist das ein Waffen Waffen Ding Bum Dingsbums Bitte uns Waffenlage So Jetzt gehen wir da hin Verkaufen den ganzen Scheiß Den würde ich mal brauchen Was glaube ich auch nicht sonderlich viel ist Ich glaube wir gehen jetzt auch Wollen wir an der Bar noch das alles reintun Ich glaube das macht auch nicht so viel Sinn Können wir eigentlich noch einen Stahlhelm aufsitzen? Nee Nee Können wir den Stahlhelm nämlich auch gleich verkaufen Dann verkaufen wir in der Zeit ganz kurz Wieso können wir das nicht verkaufen hier? Das weg, das weg, das weg Dafür kriegen wir schon 14.000 allein Das kann weg Das kann weg Das kann weg Ja die Granaten behalten wir mal noch Die bringen jetzt eh nicht sonderlich viel Was mich halt auch abfuckt ist einfach die Tatsache Aber wir können ganz ehrlich Wir können das auch theoretisch auf dem Rückweg machen Ich glaube das machen wir auch Wir werden jetzt gleich erst nach Janta gehen Und wenn wir dann auf dem Rückweg sind Dann nehmen wir erst dieses Familienrifle mit Ich glaube das macht am meisten Sinn Alter 9.000 Ach guck mal wir haben jetzt sogar Wir haben jetzt sogar die richtigen Preise hier Sehe ich gerade Guck mal die Waffe würde zum Beispiel 9.000 kosten Alter was ist das? SPS Features 300.000 Was ist das? Nightvision 4. Generation Ich dachte 3 ist Maximum Weltcontainer 3 Alter Army Faction Ei Legascheiße Guck mal Webinar Repair Kit Und Outfit Repair Gut 22.000 Ist halt trotzdem viel Ähm Joa dann nehmen wir ganz kurz mal gehen wir zur bar kurz also ich glaube das sind halt wirklich die besten preise die wir schon kriegen von den gut ist jetzt aktuell doch ein bisschen geld gebracht was 10.000 scheinbar glaube ich keine ahnung also die factions faction patches konnten wir den nicht an dem verkaufen eigentlich ja doch noch unload remove suppressor remove grenade launcher die in waffen nehmen wir mit die verkaufen wir gleich die verkaufen wir und ich habe irgendwie das gefühl wir hatten vorhin mehr kann das sein auch 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 So, um, jetzt rennen wir noch mal kurz zu duty dann holen wir uns gleich zwei schöne richtig schöne mates so verkaufen verkaufen 700 rubel so haben wir hier irgendwo in einen stash wo wir was reinpacken können ich weiß jetzt nicht unten war glaub ich was drin dann packen wir das erstmal da rein alles wir müssen sowieso zurück macht keinen sinn müssen uns ja die ar holen die würde ich gerne wieder mitnehmen weg Was ist das? Hat der kein ARCOG jetzt? Alter, es ist so ein Witz. Dann müssen wir die Sniper mitnehmen, geht nicht anders. Geht ja nicht anders. Oh lol. Wüsste gar nicht, dass da ein Scope drauf geht. Mh, genau. Dem 6251 ist das für die. Ja, ja. Da haben wir kein Scope dafür, dass es jetzt kein halbwegs gutes ist. Jetzt haben wir uns zwei Mates. Ich hoffe mal nicht, dass die scheiß Bücher jetzt gleich wieder kommen. Irgendwann werden die kommen. Aber wir gehen mal hier zu der Duty lieber direkt. Ich glaube das sind bessere. Und der redet gar nicht mit uns erst. Perfekt. Hallo? Wo? Käpt'n. Käpt'n. Ach, guck mal den können wir mit. Ja, der ist noch... Too heavy. Wir brauchen erstmal Experience für die. Aber das mit dem... Ach, er ist auf ne Mission angeblich da rumzustehen wahrscheinlich. Spastis ey. Was für ne Mission seid ihr denn, hä? Seid ihr dumm? Hallo? Sag, warum du gekommen bist. Was braucht ihr, Stalker? SVDS? Wo soll das sein? Auf ihrem Wildgebiet. Ne, natürlich nicht. Ne, natürlich nicht. Wo ist denn die Scheiße? Ach, da oben. Alter Scheiße. Hier ist äh... Müsst du mitkommen? Ne, du redest noch nicht mit uns richtig drüber. Dann müssen wir die Leute vom Checkpoint nehmen. No. Halt sich den verfickter Ernst, oder? So, weil wir... Weil wir jetzt Dude hier sind und keine Loner mehr. Ne. Ne, wir können das nicht machen. Du bist nicht von uns. Alter, als wenn das so schlimm wäre jetzt, ey. Meine Güte. Man kann die auch anstellen, ey. Das ist weiter... Okay, keine Büro am Start. Ah... Wartest du mit dir? Ne du willst nicht. dann nehmen wir halt die beiden mit ich glaube wir holen uns erstes gewehr leute wenn wir schon mal dabei sind es wäre so geil wenn wir das ding behalten können svds ist schon richtig geil das ist so eine richtig taktische svd und dann mit schalldämpfer und so dabei wahrscheinlich alles jetzt pliess finde ich jetzt nicht so lecker hier ich hoffe jetzt nicht dass ihr da reingerannt seid die idioten wir sind nur loner ne hatte ich weg kleiner käfer hier fliegt ein stinke käfer rum ich habe auch nichts zu suchen so jetzt eigentlich nur hier der straße links folgen mein gott bis wir immer die richtige waffe haben da müssten auch glaube ich ein paar mercs sein okay er lebt noch ich wollte nur gucken ob er nur lebt er ist halt runtergefallen ich glaube er ist einfach nur ein bisschen verwirrt gerade ich weiß nur leiche rechts und hier spawnen irgendwelche npcs das heißt ja da sind sie schon hier 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 Das waren doch jetzt nicht alle Gegner, oder? Hulala Da ist irgendwo noch ein Gegner glaube ich Sieg Kommando m-4 Au 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 Gut, dass wir uns kein Arcoskop gekauft haben Leute na sag bloß es ist ein trader von den mercs das ist halt echt ein trader alter ich kacke ab eier merko let's see yo das ist einfach ein merc trader und der hat eine pkm short hier krank oh shit elkan das ist auch gut oh suppressor für die waffe es kostet aber auch nicht gerade wenig 30.000 fuck aber gut zu wissen dass hier ein trader ist von denen und der hat eine saiger 12 19.000 schwierig 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 pmc exosuit merc exoskelett 300.000 fast ey wir werden es mal im hinterkopf behalten auf jeden fall padlocked 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 container hier ist something heavy inside und was sollen wir damit machen und das ist hä haben die nicht gesagt svds krass alter krass 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 Uh-huh. saubär hinter die marke gibt uns mehr ausdauer und radiation rupture ich hätte mal gerne wieder die die ich vorher hatte die uns auch beim bluten und so helfen oder gegen bluten vielmehr wir bräuchten mal wieder acp ey shit bist du warum sind eigentlich die berge immer so verseucht mit strahlungen ich wusste gar nicht dass man mit c so zoomen kann aber ich glaube nicht dass du uns hilfst oder was mich heute nicht sie ist wollen jetzt bestimmt wieder in der luft oder so eine scheiße um um O-o-o ja den ganzen guten scheißen kriegen wir eigentlich glaube ich überwiegend auch in janta mit den artefakten und so die koni mehr högerä Aber ist gut, dass wir jetzt so relativ schnell das Ganze wieder regenerieren. Sind wir eigentlich richtig hier? Ich glaube ja, ne? Also der Trailer hat uns das glaube ich nicht gegeben, ne? Das war glaube ich dieser Käpt'n hier. Ja. Bitteschön. Oh, der hat ein... Ach, wir haben die SVDS jetzt bekommen dafür. Also. Und Leopold. Boah, geil. Geil, geil, geil. 15.000 Droge. 2x762. Witzig. Geil. Geil. Guckt euch das Ding an, Alter. Guckt euch das Ding an. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns die Snapper jetzt erstmal anders hin verschieben. Das ist die Frage, aber ist das denn besser? Das? 39.000? 18.000. Ich hoffe, das ist auch Searchbox. Ich tue es jetzt einfach mal hier rein. Alter, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hallo? Mach dich mal weg, bitte. Wer bist du überhaupt? Bist du ein Maid? Mach dich weg jetzt. Was ist jetzt nicht dein Ernst, Mann? Boah, Digga, das ist ... Diese Kollision ist so scheiße, ne? Ehrlich. Die ist so riesig groß. Warte mal, können wir hier rein eigentlich? Irgendwo? Nö. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, aber ich glaube, wir kommen da eh nicht rein. Offiziell. Aber was machen wir jetzt bitte Searchbox? Weiß keiner, ne? Padlocked Container. Gehen wir mal zum Trader kurz. Ich wette mit euch, die werden jetzt hier gleich bestimmt wieder im Weg stehen. Entschuldigung. Oh, ne PK ... 69.000 können wir uns kaufen machen, war aber nicht. Die hat Munition dafür, für die Waffe. Auf geht's. 11.000. Ne, dann holen wir uns über die hier. Oh, kostet auch 11.000. Cool. Dann holen wir uns erstmal nur ein Set davon. Warum habt ihr eigentlich keine Schalldämpfer? Na ja, hab ich mir schon fast gedacht, dass die wieder im Weg stehen. Ist das jetzt dein Ernst, du Affe? Hat er denn ACP eigentlich? Nö. Warte gar nix für. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? So Leute, jetzt auf zum Weltgebiet. Und das Rifle, das ... können wir das mitnehmen? Weiß ich nicht. Wir haben ja eigentlich noch viel Platz, ne? Aber ich glaube, das machen wir, wenn dann woanders, weil ... nö. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass jetzt die Blur kommen. Nö. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt wird's wieder witzig. Aber diesmal werden wir wirklich, wie gesagt, das Rifle nicht mitnehmen. Erstmal. Wir werden uns die Quest machen. Ach, warte mal, wir haben noch die SVD. Lass mal die ausprobieren. Boah, ihr seid solche fucking Idioten, ne? Ehrlich. Die schießen einfach auf mich. Die schießen einfach auf mich. War's das schon? Krass. Nee, dachte ich mir schon. Dafür wollen das zu wenig. Ich geh schon mal hin. Schreie, Schreie, Schreie. Junge, nimm doch mal einen Hustenbonbon. Alter. Aha. Das Däsch. Können wir direkt mitnehmen zum Essen. Ach, Durst haben wir auch noch. Mein Gott, ey. Ich nehme jetzt auch hier nicht jede Waffe mit am besten, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock wieder massiv überladen zu sein. Es sei denn, da ist ein geiles Scope drauf oder so, oder ein geiles, geiler Silencer. Dann nehmen wir die natürlich ab. Leicht erkältet. Warte mal, sie sind, glaube ich, ein bisschen falsch. Warte mal, es ist nicht so, oder? Ich bin nicht so, wie es sie passiert. Ich bin nicht so, wie ein Blut, das ist. Ich bin nicht so, wie ein Blut, das ist. Ich bin nicht so. Das ist es, als ich bin. Die Blut, das ist nicht so. So ein Blut. Das war's für heute. lol hier war doch immer so ein stash wisst ihr noch wohl nee das habt ihr wahrscheinlich nicht mehr gewusst weil ich die video erst gelöscht habe aber hier war immer so ein stash hier war auch ein granatwerfer drin war genau hier ich schwörs euch war so eine kleine tasche irgendwie scope kein book of oak Oh, Merksuit. Scheiße, wir brauchen eigentlich mal Bugshots wieder. Sind auch voll in der Strahlung drin. Nois. Scheiße, ist der Chimera eigentlich hier noch irgendwo? Oh hei Wo sind die Arschrägen? Oh Gott, da ist er Lass sie erstmal kämpfen Oh scheiße, das wird jetzt kacke Uh oh 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 Wahrscheinlich wieder so viel Scheiße dabei jetzt, ne? Warte mal kurz Komm den, schmissen wir mal weg ey Da ist ein Stash unten Chest mit Medizin Mach doch mal keinen Sinn den mitzunehmen jetzt Mädel Mach's dir doch einfach Oh ihr müsst jetzt natürlich auch alle hier reinkommen, ne? Oh 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 Tja, eigentlich müssen wir da trotzdem rein jetzt, ne? Obwohl, warte mal, ist die besser als unsere? Ne, ne? Ne Hätte mich jetzt auch gewundert, wir haben die ja gerade erst repariert Das Stash ist da Da oben irgendwo Hä? Was auch bloß, das ist ja wieder in diesem Scheißhaus drin, ne? Boah ey, Junge Oh Oh Warte mal, wir werden erstmal, bevor wir mit dem reden, werden wir erstmal mit dem... Stalker, Hilfe Stalker, Hilfe! Wir verabschieden uns, wenn wir uns nicht verabschieden, wenn wir uns nicht verabschieden, Sie sagen, dass ihm nur die Information braucht, aber ich weiß nicht, dass sie uns verabschieden Weil der hat zu diesem Anhang ständig in den Gegner rein zu rennen Ich glaube, bevor wir mit dem labern werden, werden wir erstmal den Weg ein bisschen clearn Wenn das überhaupt geht Oder? Ne, aber es hat... Ich glaube, die spawnen ja immer erst, wenn wir rennen, ne? Oder? Was? Was ist denn noch? Was ist denn noch? Das wird jetzt so ne Scheiße, den wieder zu verteidigen, ne? Was ist denn noch nicht? Was ist denn noch? Was ist denn noch nie? Was ist denn noch nie? schön dass er schon vorgerannt ist wieder wo rennt der spaß die denn so vor 2 und 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 Was ist das? Was ist das? Ja, ja. Den wir vor. Was ist das? 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 War das nur einer? Waren hier nicht zwei? 22. Nein, der ist eh nicht besser. Ach, da hinten ist der schon wieder. Oh Gott, ey. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz einen kleinen Cut an der Stelle. Und würden wir im nächsten Part weiter machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part. Haut rein. Dann bis zum nächsten Mal. 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 Dann bis zum nächsten Mal.